Du, die rechts, ich die links. Scroll zum Anschlag. Oh, da ist ein Auto dabei. Alter, was ist das? Ich brauche ja auch noch welche hier. Ah, die kannst du beten. Wann wollen die denn von mir hier? Kann man vielleicht keiner einschreiten, da brauchen sie mehr. Toads Coins machen wir schon selber. Kriegen wir völlig eigenständig hin. Ja. Brauchen keinen anderen, der uns das macht. Ne. Machen wir alles selber. Köstlich. So voll groß geht, wir dürfen das nicht mehr ablassen. Aber warum ist das? Ja, Hauptsache ist ja der Shiny-Mob. Ja, das Problem ist, gehen wir Shiny-Sitzen und die Stunde auch irgendwie auf dem Acker machen zu können. Ja. Ein bisschen ätzend gemacht. Mh. 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 Wir hatten ja den Obstum und Mana. Ich rette dir. Warum ignoriert er denn hier? Seien die Kacke hier. Denkst du noch versuchen das zu können? Ja, scheiße. Drei Stück. So. Inkommen. Ich dachte mir schon, den armen Kerl meint ihr bevor. Da kamen die tatsächlich den Klingel lang gespackt. Ich wollte noch, ob wir den Jura brauchen. Ach, verdammt. Ich habe jetzt nur einen Scroll gezogen. Die zweite hat nicht gezogen. Nein, ja. Umso schon noch fallen sie. Ich habe hier noch. Sock hier. Ja, guck mal. Water in. Ja. 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 Ich hatte da hinten stehen auch noch zwei. Ach egal. Können wir? Wir brauchen noch mal einer. Ja. Ja. Mach mal schneller. Ja. Ja. Was brauchst du denn noch? Ja. Dann können wir den Lobmob da hinten auch noch holen. Und mach mich mal auf den Weg hier. Puhh. Ich mache noch zu. Warte. Ja. Ich hab noch zu. mit mir und woooooooo leucke lauflauflauflauf Geil Perlen Sie richtig Eis drunken ist Geil So finde ich es geil Ich muss aber ein bisschen Damage dabei abkriegen Oder? Wo dieses Protect? Ähm... Nein, nein. Nein, nein, nein. Budi, gut zu mir. Ich glaube, die haben sogar ein bisschen mehr HP, die Sammendinger. Keine Ahnung. Ich glaube, die Sammendinger.